. Hast du dein Schulbrot reingepackt, mein Sohn? Ja, der. Und deine Hausaufgaben? Ja. Und? Ja, und mein Trinken. Ich bin so stolz auf dich, mein Junge. Nun geh, aber sei vorsichtig auf der Straße. Werd ich. Ich spüre ein Ungleichgewicht in der Macht. Werd ich. Bro, sag mal. Meintest du nicht, dat Sommer is? Alter, ich sag dir, das ist die heftigste Erfrischung meines Lebens. Da kannst du laut sagen. Da kannst du laut sagen. Da kannst du laut sagen. Die Lage ist ernster denn je. Noch nie waren wir solch einer Bedrohung ausgesetzt. Ich erinnere sie nur zu gern daran, dass wir es letzte Woche mit einem Messer zu tun hatten, das ihre ach so tollen Wissenschaftler für diese Situation gebaut haben. Ja, aber das konnten wir ja noch rechtzeitig lösen. Wenn wir mal von den 36,5 Toten absehen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir nun eine Lösung finden. Ich schlage eine Evakuierung vor. Und wohin sollen wir? Das komplette Land ist eingefroren. Wie wäre es, wenn wir Flugtransporte organisieren und ins Gemüseland fliegen? Aber woher kriegen wir die Mittel für so viele Flieger? Wir rufen einfach die Fluggesellschaften an. Ändert aber rein gar nichts an der Tatsache, dass uns die nötigen Gelder fehlen, um das zu finanzieren. Hast du einen Lumpf? Meine zehnkämpfige Familie und ich teilen uns ein Auto, wenn wir in den Urlaub fahren. Ein Flugzeuger ich davon komme aus. Dem stimme ich zu. Och, Sie haben doch einen Fruktoseschuss. Sehen Sie es doch ein. Wir sind hier gefangen. Und welche Alternative haben wir jetzt? Uns bleibt nur noch eine Option übrig. Die da wäre? Na gut, Plan B. Wir passen uns einfach den Umständen an. Ach, na super. Dr. Mispel, hier werden wir unsere Erfindung testen. Alles klar, Doc. Bitte führen Sie das Experiment aus. Was ist los? Dr. Mispel, beim Maracuja-Saft. Sie haben allen Ernstes keine Stromleitung für die Erfindung gelegt. Na, wie steht's ums Eis? Seit dem Eisbodenfall nix passiert. Wir hätten sonst spannende Tage gehabt. Verdammt! Was ist los? Potentielle Erdbeben. Das Eis ist für das fruchtbare Land einfach zu schwer. Wir müssen unbedingt den Bürgermeister informieren. Das ist die dunkelste Stunde in der Fruchtgeschichte. Und aus diesem Grund ist das Tragen von Messern im Obstland verboten. Miss Managen, nee! Oui, Birner Junior! Stimmt das, dass wir sterben werden? Äh, wie meinst du das? Na ja, ich hörte wie mein Onkel von meinem Vater erfuhr und meine Mutter zu meiner Schwester sagte, dass der Rat keine Lösung für das Oztane Eis fand. Halt, 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 halt. Ruhe im Klassenzimmer. Lass mich eines klarstellen. Es gibt nichts zu befürchten, was Sie nicht zu befürchten haben. Was soll das heißen? Schiele eben die Antwort, wenn Sie etwas zu sagen haben. Heißt das nun, wir werden sterben? Hab ihr eine Juniö? No, wir werden nicht sterben. Ach, Merde, falsches Timing. Brecht bitte nicht in Panik aus, liebe Kinder. Alles wird wieder gut. Weißen Sie es. Schweig, Avocado Junior. Dies hat keiner gefragt. Och, Menno. Und was machen wir jetzt? Bitte bewahrt Ruhe. Scheiße, verschwinden wir jetzt. Seht, alles ist wieder gut. Das war nur ein kleines Beben, mehr nicht. Los hier. Die Schule stört sich im Moment eng. Sieh sehr gemacht, Herr Bürgermeister. Jetzt sind die Kinder er noch panischer. Keine Zeit, sich aufzuringen. Los hier. Ich muss pipi. Oh je, Herminie. Dad, was ist hier los? Mein Sohn, folge bitte Miss Mannerini. Bring dich in Sicherheit. Aber was ist mit dir? Ich sichere die Lage. Ich komme sofort nach, versprochen. Jetzt geh bitte. Früßchen, wie bist du da stecken geblieben? Okay, wie auch immer. Versuch dich ganz, ganz dünn zu machen. Oh Mann, das wird schwieriger, als ich dachte. Ich versuche, die zu ziehen. Okay, pass auf, Früßchen. Das kann jetzt ein wenig wild tun. Verdammt! No, Burgemeister Ananas. Dad. Wo kommst du denn auf einmal her? Nun, Dr. Mispel, stecken Sie den Stecker ein. Alles klar, Doc. It's Showtime. Again. Dr. Mispel, Sie Genie, das ist es. Miss Mannerini, was machen wir denn jetzt? Wir werden das Rad ausstürmen. Aber zu welchem Trick? Es muss endlich etwas passieren. Mann, Sie haben doch keine Ahnung. Och, nachsieht's den Avocado Junior. Och, Menno. Ich hab Angst. Reiß dich zusammen. Ich glaube, Sie überschreiten gerade voll Ihre Befugnisse. Nachsieht's den Banane Junior. Ich liebe Sie. Och. Geht. Dr. Mispel, hören Sie mich? Ja, Doc. Schalten Sie nun den Generator ein. Alles klar, Doc. Dieser hier? Oder der andere? Oder meinst du den anderen? Ich meine, meinen Sie den anderen? Also, mit Sie, meine ich dich. Ähm, ja, meinen Sie den anderen, meine ich. Also, Sie meine ich. Meinen Sie den oder den anderen? Alles klar, Doc. Verdammt, es hat nicht funktioniert. Alles ist gut, mein Sohn. Ich bin da. Willst du was Spektakuläres sehen, mein Sohn? Ja. Sieh zu und lerne. Oh, heilige Seefrucht. Gehst gleich in C² plus minus Alpha Pi. Heilige Alter Falter hat das gekitzelt. Heuriger. Dr. Mispel, wir haben es geschafft. Alles klar, Doc. Wir haben es geschafft. Jetzt wird wieder befrustet. Ich glaube, ich bringe ein Buch raus. Dr. Mispel, das wird meine neue Publikation. Ich könnte gleich nochmal promovieren. Diesmal sogar richtig. Weisst du, was die da zu feiern haben? Du, ich habe doch keinen Plan, Detlef. Ich habe dir doch gesagt, dass Obst ungesund ist. Die sollten sich viel mehr darüber Gedanken machen, wie sie den Sommer überleben wollen, oder? Oh ja, fettst gerade im Schatten. Es wird eine pure Sauna. Du, mehr ist es gleich. Wir müssen weiter nach Eis suchen. Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020